Some of these days You're gonna miss me, baby Some of these days Katharina! Ulla, es tut mir so leid. Wir haben den Hinweis bekommen, dass der Mann, der deine Freundin überfahren hat, aus Gambia stammen könnte. Bist du afrikanisch, oder? War ich ihr Mutter vor kurzem in Gambia? Ja, meine Mutter war mit ihren Freundinnen da. Ist in Gambia irgendwas passiert, Ulla? Nein, der Kofi ist dein Geburtstagschenk. Rang an den Speck! Schau, Kofi, ein Schlück. Hat er wirklich was untergemischt? Eine Überdosis kann ziemlich üble Folgen haben. Naja, Dauerständer. Wir sind uns doch einig, dass es sich hier um eine gewisse Form der Prostitution handelt, oder? Sag mal, spinnst du? Bist das einer von denen? Totschlag. Der Kofi ist da nicht dran gestorben. Oder doch? Oder doch? Oder doch? Untertitelung des ZDF für funk, 2017